Sehr cool! Da hattest du mal eine richtig gute Idee gehabt, oder? Krass, der kommt dann mit der Rauch. Kommen wir? Dann geht's los! Dann geht's los! Und, kann's los! Nein, nein! Wir sind am 3er-Tower! Was, was, was? Bleib hinten am 3er-Tower! Was, was? Was! Was, was! Oh, was ist das? Das war's. Ich zähne noch eine Rauchbombe. Ich opfere die letzten Rauchbombe. Es ist okay. Das war ja aber geil. Hast du schon dünn gehabt, wenn du das bist? Ja, aber es ist ganz schön. War geil aus. Wenn wir stehen kriegen, das war eine richtige Herausforderung. Das war ja mal eine richtige Herausforderung. Das war ja mal ein bisschen zu den Kieren. Alter, das war ja mal. Das war ja mal ein bisschen zu den Kieren. Das war ja mal ein bisschen zu den Kieren. Das war ja mal ein bisschen zu den Kieren. Das war ja mal ein bisschen zu den Kieren.